Pflanzen brauchen einen Dünger, um überhaupt zu wachsen. Oder ohne Dünger geht gar nichts im Garten. Das sind unter anderem zwei häufige Aussagen, die ich zum Beispiel in verschiedenen Social Media Gruppen lese. Und auch von manchen Menschen hier bei mir im Dorf. Ich kann mich auch noch sehr gut an die Dame erinnern, wo ich meinen Kartoffelturm machen wollte. Und sie hat gesagt, man muss gegen Braun- und Krautfäule und Kartoffelkäfer spritzen, sonst wären die Kartoffeln nichts. Da habe ich das Gegenteil bewiesen. Viele Menschen bei mir hier im Dorf haben so den klassischen Gemüsegarten. Offener Boden, die schöne Reihe, wo dann hier das wunderbare Gemüse angepflanzt wird. Im Herbst und über den Winter hinweg wird in der Garten auch schön aufgeräumt, schön ordentlich gemacht. Und dann auch wahrscheinlich der Boden stark bearbeitet, zum Beispiel mit dem Umgraben, damit man wieder im Frühjahr krümelige Erde zum Beispiel hat. Wenn dann im Frühjahr die Pflanzen rausgesetzt werden, sie weiter dann wachsen über den Sommer hinweg, dann gibt es ja hier genug Zeiträume und Zeitspanne, wo man dann hier mit einem organischen oder auch mit einem anorganischen Dünger nachhilft. Ist auch manchmal gerne ein Flüssigdünger. Weil der Begriff Dünger sehr umfassend ist und nach meiner Einschätzung jeder Gefühl etwas anderes darunter versteht, möchte ich erstmal den Begriff Dünger an sich erklären. Anschluss dazu, welchen Dünger ich benutze und auch warum und sogar Dünger, die dann den Pflanzen schaden können, werde ich euch auch nennen und erklären. Was wird unter dem Begriff Dünger verstanden? Dünger sind Substanzen und Mineralien, die dem Boden zugefügt werden, um ein besseres Pflanzenwachstum zum Beispiel zu gewährleisten. Es werden unter anderem die essentiellen Nährstoffe in der Land- und Forstwirtschaft beigefügt. Stickstoff für das Pflanzenwachstum, Phosphor für die Frucht- und Blütenbildung und Kalium für die Verholzung. Das wird auch als MPK-Dünger bezeichnet, den wahrscheinlich auch viele von euch so kennen. Dieser wird auch Volldünger genannt und da gehen wir dann auch in die Richtung der mineralischen Dünger, also die, die industriell hergestellt werden. Diese Nährstoffe in dem Dünger sind in Form von Salzen verfügbar, die sich dann im Wasser lösen und so dann der Pflanze zur Verfügung stehen. Als Beispiel zählt Blaukorn dazu. Neben den mineralischen Dünger gibt es auch organischen Dünger. Als Beispiel Mist, Kompost, Graschnitt, Stroh, Holzhäcksel, Jauchen und auch Gülle, Hornspäne. Also all die Materialien, die wir so in der Natur finden könnten. Bei manchen Sachen wahrscheinlich mehr indirekt, die dann doch eher auf natürliche Basis dann trotzdem hergestellt worden sind. Zum Beispiel die Jauche oder auch die Gülle. Allerdings erachte ich auch nicht jeden organischen Dünger als sinnvoll für die Pflanze, denn da gibt es auch einige Differenzierungen, die wir da machen sollten. Gleich gibt es mehr dazu. Aber doch vorerst mal die Frage, welchen Dünger nutze ich denn bei mir im Permakulturprojekt? Mein Weg geht in Richtung biozyklische Humuserde, Terra Preta oder auch Dauerhumus. Das heißt, ich möchte einen sehr lebendigen Boden haben mit vielen Bakterien, aber auch mit Pilzen durchflochten, damit die Pflanzen hier in eine Symbiose mit diesen Mikroorganismen eingehen. Hier kann ich endlich mal eine Art Koch spielen, mein eigenes Restaurant führen und das Boden nehmen, meine Gäste, die Bakterien und Pilze durchfüttern. Ist zwar wahrscheinlich nicht elegant angerichtet auf einen Teller und Messer und Gabel gibt es auch nicht, da wird einfach das organische Material in die Beete geworfen. Oder geschichtet auf einem Komposthaufen, in einem Hochbeet oder Hügelbeet. Diese Abermillionen mikroskopisch kleine Lebewesen sind der Schlüssel dafür, dass du einen fruchtbaren Boden bekommst und auch kräftige Pflanzen, bei denen du dich immer weniger um sie auch kümmern musst. Sie werden auch immer weniger Schädlinge und Krankheiten haben. Welches organische Material nutze ich denn jetzt? Die Frage ist recht simpel. So ziemlich alles, was anfällt. Graschnitt, unter anderem habe ich mich da mit meinen Nachbarn abgesprochen, dass sie mir auch was von ihrem abgeben dürfen, fein und grob. Stroh, Heu, ein bisschen Mist ist da auch immer mit dabei, Pflanzenkohle ist mit dabei, manchmal auch Urgesteinsmehl, Holzhäcksel besonders für die Pilze, Kompost, Küchenreste, die bei mir anfallen, bis auf das gekochte und auch das Fleisch. Das kommt bei mir separat in den Bokashi einmal rein, wo ich es dann hier nochmal vorfermentiert werde, damit halt hier zum Beispiel Ratten kein Interesse haben, an den Bokashi ranzukommen. Den grabe ich unter anderem ein. Also ich kann es nur jedem empfehlen, auch selber einen Bokashi einmal zu holen, aber nicht die teuren kaufen. Da gibt es auch ganz billigere Varianten, wo du die einmal auch kostenlos bekommst und auch ein viel größeres Volumen. Hat mal ein Video dazu gemacht, findet es auch unten in der Videobeschreibung. Spare einfach Geld, brauchst keine überteuerten Eimer kaufen. Dieses organische Material nehme ich dann und mulche damit meine Pflanzen. Ich möchte einfach das Leben, die Pilze und die Bakterien vor Ort haben, damit die Pflanzen hier gleich in eine Symbiose gehen. Deshalb bin ich nicht ganz so der Fan davon, wenn man einen Komposthaufen anlegt und den zum Beispiel nicht bepflanzt. Da kann man wunderbar Kürbisse, Melonen auch reinsetzen. Zucchini geht auch. Einfach diesen Haufen mit bepflanzen, damit man auch hier einen Nutzen davon hat. Deshalb finde ich auch Hochbeete und Hügelbeete sehr wertvoll. Und wichtig bei der ganzen Sache ist, wie man auch einen guten Kompost herstellt, dass man halt ein gutes Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis an den Tag legt. Das heißt, damit man hier eine gute Bodenstruktur hat, also den Stickstoff, zum Beispiel grünes Material, benötigen die Bakterien und die Pilze, damit sie halt hier das holzige Material zersetzen können. Und die brauchst du halt auch einfach diese Komponente für einen guten, strukturierten Humusboden. Warum mache ich das Ganze und nehme es noch auf in meinem Zimmer? Es hagelt draußen. Einfach die Natur beobachten und das machen, was sie vorsieht. Der Boden ist bedeckt. Die Feuchtigkeit wird auch viel besser gespeichert, was ein großer Vorteil ist in unserem teilweise starken Dürresommer. Und der natürliche Kreislauf von dem organischen Material wird geschlossen. Wir haben ein sehr großes Problem, dass wir hier sehr viel wertvolle organische Ressourcen einfach irgendwo hingeben. Zum Beispiel das Thema an sich, was für sehr viele sehr anstößig ist, zum Beispiel die Kompost-Trenntoilette. Wenn wir uns jetzt so eine Pflanze anschauen, sie wächst nach oben gegen die Sonne. Und natürlich nicht nur nach oben wächst sie, sondern auch nach unten und ragt hier ihre Wurzeln aus. Wo sie dann auch hier zum Beispiel mit ihren Wasserwurzeln das Wasser aufnehmen kann und auch hier mit ihren anderen Wurzeln zum Beispiel wertvolle Nährstoffe und aber auch die Bakterien mit aufnehmen. Sie lehnt sich jetzt ein bisschen zurück, entspannt sich, genießt die Sonne und macht hier Photosynthese. Dafür braucht sie Wasser, Licht und Kohlendioxid. Daraus bildet dann die Pflanze Zucker und auch Glucose, die sie zum Beispiel auch selber braucht. Aber sie braucht auch etwas für ihre Helfer im Boden. Auch die Bakterien und Pilze möchten versorgt werden. Und da haben wir hier jetzt so eine Art Angebot und Nachfrage. Jetzt haben wir hier Marktwirtschaft. Die Bakterien und die Pilze zersetzen zum Beispiel das organische Material. Gibt es auch unterschiedliche, je nach ihren Bedürfnissen. Haben sich auch auf spezielle Sachen spezialisiert. Und die stellen dann hier zum Beispiel die Nährstoffe zur Verfügung. Was fehlt jetzt den Bakterien und auch den Pilzen? Zum Beispiel Zucker, der Kohlenstoff. Und da ist es jetzt so, dass die Pflanze natürlich Nährstoffe haben möchte. Und ragt dann mit ihren Wurzeln raus und tut dann diesen gebundenen Kohlenstoff, flüssig Sekret, nach unten über ihre Wurzeln absondern. So dass sie halt hier die verschiedenen Bakterien und Pilze anlockt für die Nährstoffe, die sie gerade zur Verfügung hat. Dann gehen sie hier einen guten Deal ein. Das heißt, die Bakterien und die Pilze gehen mit ihr in die Symbiose ein. Einen Handel sozusagen. Und geben dann ihr zum Beispiel die Nährstoffe. Und dafür bekommen sie dann diesen Zucker. Das ist jetzt grob gesagt der Mechanismus, wo der Kohlenstoff im Boden gebunden wird. Die Bakterien zum Beispiel dringen auch etwas in die Wurzeln der Pflanzen ein. Und liefern dann dort die Nährstoffe ab. Und wenn diese Arbeit erledigt ist, dann gibt es auch einige, die trennen sich dann wieder von dem Organismus, gehen wieder raus. Und das gleiche Spiel beginnt wieder von neuem. Die Pflanzen, die Bakterien und die Pilze sind richtig gute Freunde. Und wir können es natürlich auch mit anschließen. Nehmen wir zum Beispiel in unserem Garten die Bakterien und Pilze eine Grundlage geben und sie halt füttern. Und das halt mit dem organischen Material. Damit auch die einen Grund haben, bei uns im Boden zu sein. Der Regenwurm wird auch dazu zählen, weil der ja auch sozusagen mit verdaut und dann durch seine Sekrete wieder Bakterien mit dabei sind. Es ist genauso, wenn wir Wildbienen unterstützen möchten. Wir können denen zwar eine schöne Bude hinstellen, aber die brauchen halt entsprechend Futter. Deswegen ist es auch sehr sinnvoll, auch eine gewisse Blütentracht, zum Beispiel in der Wildbubenwiese, mit anzulegen. Ist auch bei uns Menschen genauso. Kannst auch in einem schönsten Haus wohnen. Und notgedrungen wirst du auch irgendwann mal was essen wollen. So kannst du wunderbar den natürlichen Kreislauf schließen und baust immer weiter einen fruchtbaren Boden auf und brauchst dann keinen zusätzlichen Dünger mehr nutzen. Falls du diesem Prozess auch lang genug gehst, dann reguliert sich alles wunderbar. Beschleunigen kannst du das Ganze natürlich auch mit Mischkultur, was ja auch sehr zu empfehlen ist. Und dann kannst du dann vielleicht irgendwann mal in mehreren Jahren in den Zustand kommen, dass du halt dann immer weniger in deinem Garten arbeiten musst. Und dann kannst du dich einfach mal zurücklehnen und genießen. Das ist doch der Traum eines jeden Gärtners. Du setzt etwas rein, die Pflanzen überleben und du kannst dann wunderbar ernten ohne Stress. Aber Chris, nutzt du denn auch Brennnesseljauche ein? Und das schon seit Jahren nicht. Die Jauche ist auch ein Flüssigdünger und genau das möchte ich ja auch vermeiden, dass die Pflanze ihre Nährstoffe über das Wasser mit aufnimmt. Wie ich ja vorhin erwähnt habe, die Pflanze hat ja mehrere Wurzelsysteme. Sie hat ein Wurzelsystem, wo sie Wasser aufnimmt und das andere Wurzelsystem für die Bakterien und Pilze, wo sie halt ihre Nährstoffe mit aufnehmen kann. Wenn wir jetzt über das Wasser, ist die Pflanze sozusagen gezwungen, sämtliche Inhaltsstoffe und Nährstoffe mit aufzunehmen. Und da kann die Pflanze dann nicht selbst entscheiden, was sie benötigt. Das heißt, sie nimmt es auf und entscheidet dann, was sie braucht oder auch was nicht. Vielleicht kann es auch sein, dass sie dann überschüssige Nährstoffe, die sie jetzt nicht benötigt, einfach einlagert und dann vielleicht deshalb größer und stabiler ausschaut, obwohl sie es vielleicht nicht ist, sondern eher aufgebläht, wie es bei manchen Menschen bei uns auch der Fall ist. und das sehe ich auch nicht als gesund an, auch wenn es von außen hin im ersten Blick betrachtet gesund ausschaut. Du kannst es dir bildlich so vorstellen, einen Menschen, der in einem Tropf angeschlossen ist und so halt seine Ernährung bekommt. Da kannst du dann auch nicht mehr viel entscheiden, worauf du Lust hast. Ist jetzt meiner Ansicht nach nicht die gesundeste Weise und viele Leute sehe ich eigentlich gar nicht so rumlaufen, eigentlich keine. Außer ich würde jetzt in einem Krankenhaus oder in einem Altenheim arbeiten. Ein weiteres Problem hierbei ist, wenn die Pflanze ihre Nährstoffe über den anderen Weg bekommt, über das Wasser, dann hat sie auch keinen Grund mehr, die Bakterien und Pilze mit zu versorgen. Heißt letztlich, die Nachfrage sinkt und der Markt schrumpft. Die Pflanze ist auch ein effizienter Organismus, das heißt, ihre Wurzeln, die sie halt auch benötigt, um die Bakterien und die Pilze mit anzulocken beziehungsweise mit ihnen in die Symbiose zu gehen, die bilden sich auch langsam zurück. Folglich wird auch die Pflanze viel weniger Kohlenstoff in den Boden binden, weil sie halt ihre Kollegen, die Bakterien und Pilze, nicht mehr anlocken braucht. Wie ich anfangs kurz erwähnt habe, mineralische Dünger bieten die Nährstoffe in Salzform an, die in Wasser gelöst werden können und dadurch auch dieses anziehen. Du kennst doch bestimmt, dass du, wenn du voranziehst, dann eine Jungpflanze in einer nährstoffarmen Erde groß werden soll und wenn sie dann eine entsprechende Größe erreicht haben, dann halt eine andere Erde nutzt, die halt dann wahrscheinlich schon noch vorgedüngt ist. Hat einfach aus dem Grund, wenn halt die Erde zu viele Nährstoffe in dieser Salzform hat, dann kann es halt dann sein, dass die dann zu viel Wasser rauszieht, auch von den Wurzeln und sie dann deshalb vertrocknen beziehungsweise, Fachstörgung heißt es dann, die Wurzeln sind verbrannt. Auch der Grund, warum du Mist ablagern solltest, bevor du ihn bei dir in die Gemüsebeete mit einarbeitest. Vor allem bei Geflügeln müsste man halt hier gut aufpassen, dass man hier, dass man nicht übertreibt, weil der ist halt besonders scharf. Durch diese Schäden wird auch deine Pflanze geschwächt, ist auch dadurch wieder anfälliger für Schädlinge und auch für Krankheiten und die kann halt auch nicht eine nötige Resilienz aufbauen, durch die Symbiose, die sie von den Bakterien und Pilzen bekommen, weil du wahrscheinlich dann, wenn du sowas auch dann in die Richtung gehst, wahrscheinlich viel weniger Bodenleben hast und die meisten ja dann sowas nutzen. Bei Gülle oder auch bei Jauchen ist genau das Gleiche. Wenn du den Pflanzen zu viel gibst, dann können sie ja dadurch enorme Schäden bekommen. Und zu dieser einen Gülle-Diskussion, weil da einer gefragt hat, warum das so verteufelt wird. Früher im Mittelalter war es doch ein wunderbarer Dünger. Naja, wir leben halt nicht mehr im Mittelalter. Die Urbanisierung ist fortgeschritten. Wir haben mehr als doppelt so viele Nutztiere als Menschen hier in Deutschland in der Massentierhaltung und da wird auch einiges an Gülle produziert. Und diese Menge an Gülle übersteigt einfach die Aufnahmefähigkeit unserer jetzigen landwirtschaftlichen Fläche, was dann die Folge hat, dass dann zum Beispiel vieles ins Grundwasser kommt und das dann mit Nitrat anreichert. Das Fazit Schau einfach in die Natur, beobachte und wende an. Schließe den natürlichen Kreislauf, mulche deinen Boden und du wirst halt sehen, mit jedem Jahr wird dein Boden immer besser. Das hat auch noch einen Vorteil, wenn du nicht pflügst und den Boden stark bearbeitest, damit sich hier auch eine gute Bodenstruktur der Kleinstlebewesen bilden kann. Und du wirst dann auch sehen, mit jedem Jahr wird dein Boden fruchtbarer, deine Pflanzen kräftiger und hast immer weniger Stress. Ist ein Prozess, das Ganze. Du wirst dir auch den ein oder anderen Groschen sparen, weil du jetzt nicht mehr Dünger kaufen musst. Und du wirst weniger Stress und Kopfschmerzen haben, wenn du jetzt zum Beispiel versuchst, deine hart vorgezogenen Jungpflanzen, die dann anfangen zu kränken und zu schwächen, irgendwie retten zu versuchst und dann doch feststellen musst, es hilft nichts mehr. Maßnahmen, wie du gute Böden aufbaust, findest du hierzu Genüge auf meinem Kanal. Hier sind zwei spannende Videos, die du unbedingt mal anschauen solltest. Du kannst auch gerne den Kanal kostenlos abonnieren, damit wir hier nichts mehr verpassen. In diesem Sinne, die Unterrichtsstunde ist jetzt vorzeitig beendet. Die restliche Zeit geht ihr jetzt raus und nutzt dieses theoretische Wissen und wendet das in der Praxis an.